Wir stehen an einem Wendepunkt. Wir müssen die CO2-Emissionen verringern. Und der effektivste Weg ist, weniger Energie zu verbrauchen. Aber wir können nicht einfach alles abschalten. Lebensmittel müssen produziert werden. Wasser muss fließen, Luft zirkulieren, Züge und Schiffe müssen verkehren. Und gleichzeitig soll die Energieeffizienz kontinuierlich steigen. Mit Frequenzumrichtern und Motoren von ABB können wir dieses Ziel erreichen. Wir halten die Welt in Bewegung und sparen gleichzeitig jeden Tag Energie. Das ist unser Auftrag. Mit Ihrer Hilfe kann daraus Großes entstehen. Wir können durch Produktinnovationen und den Austausch von Wissen und Erfahrung die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessern. Und zu einer CO2-armen Zukunft für Industriesektoren, Städte und Infrastrukturen beitragen. Gemeinsam können wir die Zukunft von Industrie und Gesellschaft voranbringen und nachhaltig sichern. Wir tun unser Bestes. Doch mit Ihrer Unterstützung können wir noch mehr erreichen. Machen Sie mit und lassen Sie uns gemeinsam die Energieeffizienz verbessern.